So, liebe Leute. Ich hab schon auch volle Power bei Ausgaben und Lautstärke. Ich kann nicht mehr. Alles klar. Also, ich mach die Augen zu und wir suchen und ich drück einfach durch und dann... Am besten irgendwer sagt Stopp. Okay, Fini, du sagst dann Stopp, okay? Okay. Okay, Achtung, jetzt. Stopp. Winterglanz, okay. Okay, okay. Ja. Jawoll. So, jetzt mach noch auf bereit, dann weiß ich, jeder ist bereit. Ah scheiße, ich wollte eigentlich meinen Controller einstecken, aber den müsste ich jetzt doch installieren. Äh... Wissen Sie, wie das funktioniert mit deinem PS4-Controller? Das weiß ich, das kann ich nicht sagen. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht, weil dann, wenn ich ihn anstecke... Hm? Du musst das Spiel, glaub ich, danach starten. Ja. Also, anstecken und danach starten, ja. Naja, das Ding ist, du musst zuerst... Du musst zuerst mit deinem Team einstellen, dass du einen PS4-Controller hast. Dann registrier' dann und dann kannst du mit deinem Team wie PS4 spielen. Dann mach ich das gleich jetzt, für nächstes Mal. Hab ich aber auch nicht gemacht. Was heißt, du... Wie ist jetzt der Plan? Nein, einfach spiel mal. Ich stell das dann für das nächste Mal ein, wenn man... Okay, okay, alles klar. Ja, alles klar. Keine Planänderung. Es ist einfach... fürs nächste Mal. Alles klar. Ja. Hm. Hm. Also, ich hab auch... Ich hab halt einen Xbox-Controller und... Ja, ich hab den... Ja, Xbox-Controller ist... Irgendwie, das wird dann... Ich glaub ich besser unterstützt oder so. Ja, durch Windows halt, ne? Hm. Jawohl, jawohl. Ich geh jetzt zueinander. Jawohl, mich, ey. Stepper, keine aggressiven Formen. Keine rot, oder? Kondomi meint, du sollst einfach den... Controller einfach mal anstecken und dann mit dem Controller... Das hab ich eben gemacht, aber wenn ich das mach, dann ladet er nur auf. Und wenn ich dann irgendwas drück, dann schaltet er die PS4 ein. Okay. Irgendwie auch Sinn bei einem PS4-Controller. Ja. Der PS3-Controller funktioniert komischerweise. Aber seitdem der hin ist... Ich komm gleich vorbei und richtet oder so. Ja, bitte. Tom, du kannst doch auf die Karte... Du kannst doch auf die Karte schauen, gell? Ich hab's mir ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt das Schreiben, dann weiß ich's. Na. Tom, schauen... Äh... Gleich eine erste Seite. Wie ich vorletzter bin. Skandalös. Hm. Zu leise. Sie find ich rennt immer in die andere Richtung dann. Ja. Sie hat gar keinen Bock drauf. Oder sie holt sich einfach einen anderen, ne? Ja eh. Was soll ich euch hinterherrennen? Ich weiß ja, das ist eher geringer Würfel. Na ja, das weißt du nicht. Ich spiel nachher um. Aber es ist... Aber es ist... Na 8, Alter. Aber ey, da ey. Würfel... 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 Na 8, Alter. Ich weiß, dass ich geringer würfel. Wie spiel mal, Alter. Tatjahn? Ja, ich verliere ja auch. Ihr habt die ganzen Items an und knallt's mit weg. Warte, warte, warte. Der Tom hat gefragt, wie man... Entschuldigung. Wie man... Äh... Mit R. Mit R. Mit R. Genau. R wie Meb. Sorry, Fini. Sorry, Fini. R wie Meb. Rap. Das ist der Rap. Ist das... Ist das kehrtnerisches Meb? Chmeb? Ja. Chmeb. Nein, das ist... Das ist schweizerisch. Pferdelasagne ist dran. Oh nein. Oh la la la. Ne, da gibt's mehrere, anscheinend. Mehrere Schätze. Auf der Map. Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Das ist... Gepornt ist nur eine. Ach so. Ah, okay. Es ist so interessant, seit die Mama nicht da ist, mein Kater extrem entspannt. Loll. Macht die Mutter dich aggressiv, Kater? Ja. Wieso war mein Kater? Sagt ja nicht mal Lucky, Alter. Okay. Ich hab den Namen verloren. Ja manchmal so, manchmal so. Und meine Nichte nennt ihn Loki. Oh ja. Und die Kleinen nennt ihn Furzi. Ich... Ich nenn's Arschkretzen. Ja? Dämon. Pelzi. Ich nenn's Arschkretzen der Hölle. Ja? Der Pelzi-Bub. Schau, hier Kasuma. Heute gehen wir aber zeitig ins Bett, gell? Was? Niemals Kasuma. Niemals. Niemals. Das böse Schriftlied. Okay, das ist falsch. Schauen wir mal, was beim Rufzeichen passiert. Gar nichts. Lässt mich hin. Ah, jawoll, Alter. Bist du halt, oder? Das ist geil, ja? Das ist so heftig, Alter. Jetzt kommt niemand mehr zur Superwaffe. Was war eigentlich gestern mit Uhrenstimmen? Was? Mit euren Stimmen. Was war mit unseren Stimmen? Was war mit unseren Stimmen? Ich war schon ein bisschen heißer vom vielen Lachen, wenn du das meinst. Wir haben gestern am Abend ein bisschen was getrunken. Ja, frische Dosen Milch. Also, wenn du dann mit Sandro meinst, der hat halt wirklich viel gesoffen und hat dann nur noch mehr gesungen. Das stimmt, ja. Der hat uns alle übertönt, wenn du das meinst. Let's go. Ready, ready. FxN, servus. Pfanne 1 ist keine gute Idee, weil du kriegst auch nur eins, ne? Deswegen auch der Tipp benutzt gerade Zahlen. Michi? Ich weiß nicht. Wir können uns das schon noch länger anschauen. Unsere Musik. Ich muss in einer halben Stunde ganz kurz auffahren. Ja. Ja, kurz Wäsche aufhängen. Alter, sind wir hier fertig dann. Meins? Oh. Oh, das gewinne ich hier wieder. Oh, warum ist der so schnell auf einmal? Nein, das ist immer schneller und schneller. Nein, nein, der eine hat auf einmal Fahrt angenommen. Wen? Wen meinst du? Eminem. Ja. Mich haut's immer als Ersten da raus. Mich nicht? Mich auch nicht. Ruhe. Wenn's dich traust. Was du heftig. Boah! 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 Aber jetzt hat's mich langsam aussehen. Ich hab diese kleine Szene von... Jetzt bin er raus. Holy shit! Holy shit! Was ist das? Boah! Woah! Boah! 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 Wie viele Schnitzel hast du? FXNN? Eins? Ja, zwei Schnitzel kannst du dann halt nicht, oder? Wenn du nur eins hast, kannst du keine zwei setzen. Leider. ich putzel halt mal mit ja muss man mit und würfeln der vier ich hab mein glück für heute geht z und rip mich noch mit was und rip dosi jetzt habe ich keine schnitzel mehr ja so geht es na ja schau die fini hat der schnitzel gegeben fxn so nett finde ich sehr nett nur gestern halt nicht da war ich dominant mein gott das war so lustig ich hab dann in der frühe so gelacht deswegen das musst du platzieren und das musst du platzieren über jemandes kopf am besten hat es über sich selbst platziert am schlimmsten fall hättest du dir am schlimmsten fall hättest du jetzt selbst damit der mensch gemacht aber das geht gar nicht weil du so nett bis heute ja ja ich hab so ich hab immer noch so einen muskelkater weil ich heute in der frühe auch noch so gelacht habe mit meiner mutter darüber weil sie auch da jetzt bist du behindert scheiße ich hätte dich eh nicht weggeboxt robson ja 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 ich hätte dich nicht weggeboxt ich hätte dir ich hätte nur gestreich ich hätte dich ja meine meine schnitzel liebe zu dir ja genau mann ist das hier französisch ausgesprochen oder auf deutsch man mann mann da mann ich bin noch mal in den pool alles klar dosi viel spaß wie wieder skröbel deutsch wir haben vorhin gerade eben skröbel gespielt hast du um zehn minuten verpasst natürlich kann ich wieder mal mein ding schwingen oder da sehe ich mich der mann hatte wie schwingt man ich weiß gar nicht mehr ok was ist los immer zu früh ich auch immer zu früh das mit meinem leck ist scheiße das geht halt hier sehr richtig steinig fuck bei mir war jetzt der ball schon irgendwo unten und der zeigt mir an er ist irgendwo da oben so schlecht ich menschen nicht Oh mein Gott, war ich schlecht. Ich bin weiß. Ich beams weiß. Ich beams der Weiße, du Rassist. Du Rassist. Ich bin weiß. Das wollte keiner wissen. Mach den Browser hoch, dann wirklich weißt du, in der Kämmerung. Hab ich euch das Video geschickt von, ähm, das helle Thema auf Discord? Äh, ne, glaub nicht. Beziehungsweise das helle Theme, wo die Leute dann blind werden? Das kann ich gut verstehen, das kann ich gut verstehen, aber nein, ich glaub, das hab ich nicht sehen. Ich schicke euch das später in Discord. Aber wer hat Discord in Weiß, ne? Ja, eh, das... Zumindest fall ich, ich fall auch rein, aber ich krieg keinen Schaden. Das ist eigentlich ziemlich behindert, ja? Was? Das OP. Was, 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 was ist das? Also, der, der Umhang ist schön. Welcher, der Waldumhang? Ja, der Waldumhang sieht voll cool aus. Ist schon cool aus. Ich glaub, den hol ich mir auch. Der ist echt schick. Ich glaub, du machst Geldumhang von mir, weil er so Geld droppt, wenn er... ... wie rein. Hm... Wie war das? Let it rain? Ja, wohl. Wie hat er ihn absaugt? Komplett abgesaugt. Wen hat er gerade gesaugt? Ich weiß nicht, wen er gesaugt hat da. Atom hat er abgesaugt, ja? Oh, shit. 1, 2, 4... Unlucky. Ein einziger Säugling, oder? 1, 2, 3, 4... Ah, gut. Meine Güte. Ich find's schön feierlich, wie... ...wie die so eine schöne Farbe haben, oder? Was? Finde ich toll. Ja, jetzt denkst du die. Ich hab dir den Charaktas geklaut. So, ich hab's jetzt in den Chat gepostet, das... ...video. Video. Das ist wirklich so frechend, eh? Ja, mit Timer. Oh, ja. Oh, ja, jetzt, 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 jetzt geht's los. Oh, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt, jetzt... Oh, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los, ja. Ich bin doch, Pazzi, ich bin's. Dann ist das, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los, ja. Oh, ja. Ah, fuck. Telefon! Ich hab kein A. Wo ist sie wieder? Wo ist sie wieder? Mann. Ach, fuck! Ich hab einfach kein A. Tom hat mich gekillt. Aber Sie haben sich auch nicht vers analyze. Scheiße. Ich treff nix! Fuck mein Eifel. Wie keiner was trifft. Star is Shooter Noobs. Nein! Oh mein Gott, heute bin ich. Ich finde es scheiße, dass man nur einmal schießen kann. Ja, das ist super. Das ist der Witz dabei. Das ist ein Dreck dabei. Komm jetzt, geh auf nicht zu holen. Ich bin letzter. Oh nein, ich wollte gerade noch schießen. Der Witz! Zusammen mit Fini. Ja, du hast mich abgekriegt. Was? Fini, was? Dein Schuss war... Zusammen mit dir war ich letzter. Ja, aber ich bin halt immer DAS Letzte, Robsom. Ja, sein ist so streng. Sein ist so streng zu dir, okay? Wir haben doch heute schon besprochen. Wenn ihr scheiße über mich redet, dann will ich bitte dabei sein, damit ich auch scheiße über mich bin. Wir reden ja nicht scheiße über dich. Aber ihr habt's und ich wollte dabei sein. Ja, aber jetzt bist du nicht dabei, sondern du machst das alleine. Das stimmt. Ich hab ja gesagt, ich bin mein größter und bester Hater. Jetzt kommt der Hase. Ah, wer hat das jetzt? Oh, der Atom-Müll. Sonst kann Tommy jetzt nicht eh. Moment, ich erkläre schnell. Wenn du die auswählst, musst du über einen Carry fahren und dann nochmal Q drücken. Wer hat das jetzt bekommen? Tom? Ah, Tom. Aber Tom ist so still, ne? Ja, ja. Na, wisst sie, stille Gewässer ist so tief. Das wird dir auch irgendwie verhaut. Jetzt kommt die Eierbombe, oder? Nein. Teleport. Was soll denn das? Was hab ich dir getan? Oh jee. Freude. Richtig. Du kommst wahrscheinlich eh ins Da hin. Vielleicht saug dich aus, aber richtig. Warte. Warte. Das war ja. Lieber nicht. Wie war das nochmal mit Kimma, deine Adresse? Weißt du nicht. WTF. Warte. Warte, Warte. Warte, Warte, wo willst du hin? Ich denk's mach grad so. Zum Item. Ja, aber du könntest da ein Feld noch gehen, WTF. Weiß schon. Aber auf einem anderen Feld hätte ich Schaden gekriegt. Ja, ja. Ja, aber ich bin gespannt was jetzt passiert, das meine ich. So, jetzt hab ich die zu Clini. Ich werd schon sehen. Hör auf. jetzt habe ich die die eierpflanze die werde ich nicht so richtig in den ja schon aber ich habe es mir jetzt anders überlegt weil es könnte ihm gefallen es könnte ihm gefallen ja ich habe rausgeklappt nein was ist das für eine kacke wer schießen da war es der gelbe links oben leute dass mich gekillt aber ich frage mich wie du stehst da irgendwie holy shit das war extrem fies robson dafür hast du eine liebevolle zuneigung von mir verdient du kommst eh wieder zu mir in die nähe natürlich natürlich kannst du noch sagen die luke die war nicht immer knizhobe erst für dir gemacht hat vorhin wer was wo ja wohl er wird ihn absaugen ja und die aubergine ist weg naja ich habe es nicht anders verdient ja von mir kriegst du auch noch was warte gerne zu sagen was hast du da genommen blut oder schlüssel und da würde ich immer schlüssel nehmen ja das ist schön da gewinnt man einmal ein minigame aber du hast es ja nicht anders aber du hast es ja nicht anders aber du hast es ja nicht anders warte mach den michi fertig michi geh der kriegt jetzt die truhe der kriegt wirklich die truhe und jetzt 1 eurer michi er könnte ich glaube er könnte sogar bei der jahrhundert roh wischte uns beide ok ok ich wollte jetzt 1 3 angebote eingehen oh shit ja ich habe damit rechnet bin ich davon ausgeregt dass ich das kriege jetzt da ist zu weit weg aber weißt du was du jetzt kriegen wirst noch mal glück gehabt noch mal glück gehabt hier eine aubergine in den arsch eine aubergine in das was finde ich vorher gezeichnet wie bei little nicky so wie bei little nicky mit der ananas gell ja aber mit der anderen Seite voran ich finde das spiel übelst witzig aber ich kann es null die sind ja alle auf mich gestern gegangen die stinker oh mein gott stark michi wir haben mich schon wieder rausgekickt es ist aber so schwer mit der tastatur zu steuern finde ich nein 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 oh mein gott der sind schon wieder alle auf mich gegangen ja es verdient ihr verdient alle das ist das ultimative die ultimative runde niemand braucht dieses spiel hat man keine sicht es war gut dass ich die wand gezogen habe ich gebe dir ein tipp nehmen am besten die rakete weil dann land genau dann landest du nämlich direkt vorm ich weiß ich habe gedacht das ist doch so ich habe gesagt ich habe das sowieso gemacht wieder erst der typ ist es sicherlich versammelt haben wir jetzt nimmst du am besten denn da ja gar nichts einreden ich würde es auf denjenigen machen der die meisten schlüssel hat aber also wie es ist eigentlich egal weil hier ein schlüssel ab von daher ein andere von dem her da auch noch an ja egal jetzt brauche ich sie nicht mehr zurück zum anfang ja wohl sehr schön und jetzt wieder zurück zum anfang ich war gestern ich glaube drei runden einfach nur am friedhof weil man mich entweder gekillt hat oder ich habe eine box erwischt wo ich eine runde habe aussetzen müssen und dann bin ich wieder umgebracht worden aber das ist richtig hart aber es war lustig aber es war lustig also der umgang sieht cool aus jedes mal wenn ich den sehe du bist scharf ins wasser nein nein jetzt kommt die rache zwischen den beiden zwischen den beiden als ob sich das ausgehen oder folgen das ist vorher von anfang zu anderen wocht es war nur mit dem element daneben ja auch weil sicher weil sich da oben auch erwischt hat deswegen das war ja ein bisschen bullshit sieht schlecht aus für dom achso weil den dom erwischt oh mein gott ja oh oh mein gott oh 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 what the fuck warum bist du nicht auf dem tom gegangen der wäre fix tot gewesen und du hättest schlüssel gekriegt ja stimmt hab ich nicht sagen aber ich wollte nichts sagen ich dachte du gehst du gehst automatisch drauf aber er war voll dafür dass ich das kriege das ist der anfängerschutz das ist der anfängerschutz ja das spiel das mag ich das ist echt übel aber die musik ist schon irgendwie runtergeflogen ich hab nicht einfach keine fester ich weiß nicht wieso ich gebe dir welche na na passt schon danke auch nicht weg oh was nein Ich finde ihn, Alter! Oh, fuck. Das gibt's nicht, Alter. Ich bin in Städter, wo ich... Ich bin drin und stehe da. Hallo? Fuck. Hey, Luki. Zeig mir deine Bücher. Glück! Jawohl, geht's heut, Michi. Danke, Alter. Was? Ich hab wohl leider... Legendenwürfel. Oh, du gehst falsch. Du gehst falsch. Oh, das Robsome! Und... Oh, der Lacker, Alter! Der Lacker! Der Halle auch noch... Kriegt der Robsome! Auf ein Rufzeichen! Das muss ich gestiegen! Warte, ganz kurz. Karktus! Karktus! Sicher ist sicher! Ja. Legendenwürfel! Ja. Ja. Sicher ist sicher! Ja. Ja. Sicher ist sicher, ja. Aua! 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 Fuck! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, gib ich so nicht, Domi! Ah, schau zu spät! Es ist zu spät, Domi! Was? Ist zu spät? Aufs Rufzeichen! Ja. Da ist ja keiner mehr drin. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Komm, ich lass mich sterben. Wir werden sagen, so stirbst du gleich. Obwohl. Obwohl. Ah, komm. Ja. Gut. Da haben wir uns noch ein paar Felder. Dort werden meine Schlüssel eh vergammeln wahrscheinlich, ne? Da wird eh keiner hingehen. Wer weiß, wo die nächste True is born. Ja, das ist dann egal. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Aus. Boah, wie wenig Kleben wir alle haben! Schaut sich das an! Ich kann nicht klagen. Ah, ja. Er hat gerade gesagt, dass Rob Son ein niemand ist, oder? Ja, jetzt kriegst du Schlüssel. Weg! Natürlich hat er das ausgewählt. Ich hab's gewusst. Ja, das ist ja doch. Das ist mein Gamer, also. Das ist so nervig. Du musst nur ganz kurz in dieses Licht rein und brrrt. Na sicher nicht. Brrrt. 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 Ratatata. Das war ein bisschen Brut zu sagen. Etwa wie Zephan. Oh man, das hat schon passt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Da. Hallo, da und ich bin gleich. Woah! Ah, du rückst dich der Runde von mir. Da 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 da. Da 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 da. Um, da fliegt einer. Und eine. Ach fuck. Bouh, bist du da da da? Ja, bei mir sind jetzt alle gekommen. Das war ein bisschen schwieriger. kam leider nicht mehr raus da wir jetzt auch noch mal würfeln oder ja na gott aber keine darf keine darf keine gegenstände benutzt das ist mein problem hier ist durch mich wills heute wissen er will krieg aber immer mit mir ja da mit mir wir sind seine opfer okay du hast dein letztes stück eingeschlagen du hast jetzt überhaupt keine schlüssel gekriegt das ist okay ich wollte ja auch die trofäe 20 schlüssel erst aber wir müssen wirklich mal so zu acht diese kleinen maps spielen das sicher auch witzig oder mit irgendwelchen modifikationen könnte man auch mal machen ich wollte nur 60 pinata was macht das immer wenn du schaden bekommst bekommst du verlierst du alle schlüssel ach du scheiße das wäre auch geil das ist ja auch lustig dass er auch lustig das bin ich dich ach so das ist der traum er hat begonnen er kann mir auch du brauchst nicht dran wird zu anstarten die polizei die polizei ist schon zur stelle Aber jeder schau's um da, oder? Was denn? Dieses Geschick so ein Anstacken. Ja, ist ja nur Spaß. Jaaa. Bist du so ein Pfingling, Mille? Alles gut, alles gut. Ich dachte, ich hätte... Gehört zum Spiel. Ne Abrissbewerne. Die hätte ich jetzt schön auf Michi gesetzt. Aber dann verlierst du den Kaktus, weißt du? Ich weiß. Wär's mir bald gewesen. Oh. Jetzt hab ich ihn eh weg. Ich verliere ihn sowieso. Oh Mist. Aber zumindest kein Leben verloren. Richtig. Bis jetzt in dem Game noch kein Leben verloren. Bis jetzt. 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 deadline hat man mit der tastatur den nachteil naja aber ich habe genug ich habe genug leute rausgehauen ja das bringt man das ja vielleicht landest du noch auf ein und dann so er hat dann ja keine schlüssel und das ist ja das problem gar nichts habe ich nichts habe ich das war jetzt fast was haben wir hier der tod wartet hier auf mich der tod wartet nicht so aber ich mache jetzt ein gefallen an ein gefallen an tom das ding ist schon wenn ich damit umbringe hat so eine warte nein nein er spawnt hinter er spawnte wo anders ich hätte glaubt er spawnt dann wieder da und muss noch nicht ein richtiges gefallen ein richtiger gefallen ein richtiger gefallen du tötest ihn nein das ist ja es wäre ihm gefallen wenn er spawnt schon nett nett hier stunde sein schnitzel jetzt könnte ich kurz klopfen hier wäre nur fair ich habe dir den bienen dings gegeben stimmt aber so das kann sein aber dann kriegst du den meist erhaltenen schaden was macht das klasse das sage ich dir nicht ich glaube das macht mehr damage ich glaube das macht mehr damage ich glaube das macht mehr damage mehr durch nein das ist ja gar nichts hier kannst du nochmal kudeln das macht 14 die bombe ja natürlich oh Cornelius danke dir vielen dank willkommen in der pfanne wiii johle jetzt in der rocke na toll duuun 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 oha jetzt krieg ich direkt oha dominant finny dominant finny wie war das vorher dominant das kann nicht sein alter behindert oja finny bist du behindert das ist das ist ein insider von von gestern gewesen was denn behindert ja nein finny hat hat gestern auch auf jemanden gezielt das hat ja so angefangen sandro hat ja die ganze zeit mit der schrotflinte herumgesnipert und nix getroffen und dann habe ich die schrotflinte rausgenommen und er ah das könnte ich sein wer ist das so domi finny ah finny du bist ultra dominant schießen ab und er scharf stark stark und ich so sie hat auf dich geschossen gell und er so was bist du behindert und er ist der clip es wurde eh gestern geklippt ich habe so gelacht ich habe so gelacht oh mein gott leute leute kennen sich wer mit monitoren aus ich muss ehrlich sagen ich kenne mich nicht aus cornelius 44 herz ist super 144 aber wenn du viel zockst dann kannst du 144 nehmen musst du aber nicht ansonsten reichen 60 herz monitor haben sie 60 herz mit dem normalen eindruck hast du gehört cornelius ich hoffe alles also 144 ist top aber 60 herz reicht auch ja kommt halt wieder mich gesagt darauf auch wie fühlst du das benutzt also ein zocker kauft sich 144 herz oder ich weiß ich glaube ich glaube ich habe auch keine ich habe halt vier monitor und wenn ich mir jetzt einen davon austausch schaut es halt scheiße aus ja die pummel awards habe ich eh schon überlegt wisst ihr eh wofür pummel steht wofür steht pummel ja das ist englisch ich nehme ich immer unterbrochen werde das ist Pimmel aber nur mit Tippfehler was? nein das kommt aus dem englischen pummel das heißt zusammenschlagen das ist ein paar möbeln oder paar möbeln jetzt gibt es game jetzt gibt es game name und sie mich hat gar nicht mich hat gewonnen aber wir haben jetzt geboxt ja ja ich sag wahrscheinlich ewig ist so ooooh erhalter nur schaden am meisten was wir haben gleich viel schaden bekommen ja wenn wir eben die aubergine da reingekommen juhuu hey lonso das gewinne ich immer ich bin wieder im käfig obwohl bin ich erst entweder mich oder ich aber ich glaube das war wirklich gut ja ich glaube ich habe gleich viel nur ich habe mehr schlüssel am schluss hätte dir die 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 den ding wie hast du stark super wie ich alle alle von nicht hier ist der champ aus hier schauen wir uns mal statistik an holy shit das war ziemlich ausgeglichen mit den mini spielen auch ich habe gar nichts verursachter schauen wie du hast du hast die runde ordentlich ausgeteilt also eigentlich also damals eigentlich hättest du mit der gewonnenen schlüssel gewinnen müssen oder ein ersatzschlüssel kriegen müssen warum wir werden noch wir werden noch dabei fragen wir mal so ich werde noch eine runde dabei man kann dich denn nicht schlagen oder was ist das also robson wäre dabei lonzo wärst du dabei ich finde wir dabei ich bin heute generell zu mad ich habe es gemerkt ich habe es gemerkt ich weiß ich habe es halt bei vollgas schon gemerkt ah wäre ich gleich dabei ok 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 wie lange pause machen wir jetzt drei minuten lonzo gedanken brauchst du ungefähr tom tom bist du noch dabei freilich jawoll tom hat es dir spaß gemacht ja sehr gut ich finde das game wahnsinnig ja es macht echt bock ich finde es ist es ist verbesserungswürdig finde ich ja aber das könnte ja noch gepatcht werden machen sie es machen wir das wirklich ich weiss nicht frech tom frech tom wir können auch noch mehr maps und so ja mehr mehr maps aber was mich am meisten stört ist für manche minigames braucht man mehr maps auch zum beispiel dieses autorennen und ja und dieses springen diese polar dingsbums das auch immer gleich stimmt ja da können ein paar mehr oder vielleicht machen die irgendwann pummel party zwei na das wäre das ja auch nicht schlecht eigentlich so habe ich gehe jetzt geht schon mal so zehn minuten zirka ok ok dann werden wir dann werden wir jetzt erstmal zehn minuten pause machen ja gut machen 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 einen kleinen cut hier